Ding 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 Ok, bitte seid leise Ok, wir haben hier die anderen Sachen von den vorherigen Tagen und heute haben wir was besonders Uh, das ist schwer Und wir haben Jelly Beans, cool Sind da welche runtergefallen? Ne, cool von Jelly Belly Nur, da sind nicht die richtigen Jelly Bellys gefüllt Da sind andere Jelly Beans Nur, wenn ihr wollt, dass ich Jelly Belly Videos mache dann sagt es einfach Oh, wartet, ich muss kurz öffnen Ok, diese Jelly Beans sind richtig lecker Ich koste mal einen Die sind von Boogie Das ist eine Firma von Jelly Beans Aber ich habe nicht geschrieben, welche Sorten das sind Hm Boogie Jelly Belly sind echt die Besten Sie machen die Jelly Beans mit echtem Essen Zum Beispiel wie Dreibeeren Blaubeere, Kaugummi, Butterpapurin, Milchkaffee, Zuckerworte, Honigmelone, Kaffee, Cappuccino, Karamellapfel, Karamellpapurin, Kirschkola, Schokoladenpudding, Chili, Mango, Kokosnuss, Cremes oder anders, dunkle Schokolade, was? Graube, Graube, grüner Apfel, grüner Tee, ja, Insel Punch, ähm, saftige Birne, okay, die ist ziemlich häglich, die saftige Birne, okay, warte, Kiwi, Citrone, Citronen Drops, ähm, Limone, Blakritze, Mango und Margarita Ah ja, jetzt gibt es noch mehr, ja Hm, wie schmeckt das nicht nach, wie schmeckt das nicht Margarita? Das ist nur Käse Okay Das ist Orange, Orange und Sorbet, keine Ahnung was das ist, könnt ihr mir in die Kommentare schreiben Ähm, Pfirsich, Pina Colada, das ist ein Getränk oder eine Frucht, ich weiß nicht so genau Pink Grapefruit, Pflaume, Pomegranate, Granatapfel, Himbeere, Rotapfel, Zimtzauber, Erdbeer, Käsebrüche Äh, Erdbeer, Daiquiri, hm, den muss ich noch probieren Erdbeer, Marmelade, hm, lecker Tangerine Mandarine, äh, geröstete Marshmallow, Banane, Tutti, Futti oder Stinkelsocke Äh, eigentlich schmeckt Stinkelsocke ziemlich gut Was? Der Gestank hat mir einfach den Appetit verdorben Aber sonst schmeckt Stinkelsocke lecker, ja Äh, äh, wo fühl mich hin? Vanille, äh, Very Cherry, Kirsche Wassermelone und Brombeere Einmal hatte ich, ähm, einen Geschmack gehabt, der war bunt und weiß Aber schmackte urgut Vielleicht war es Vanille, oder? Ich nehm doch einen Mh, mh So Fische habe ich in der, also die Packung von Jelly Bellys habe ich in Galeria bekommen, in den Süßigkeitengeschäft, gleich am Anfang Und die Boogies Jelly Beans habe ich in meinem Geschmack-Büte Ja, probiert die mal, die sind richtig gut Mh Mh Mal sehen, ob ich noch die weiße Ja, das ist ne weiße Jelly Beans, die schmeckt nach weißer Schokolade Ok, das war's mit dem Video Bye Ding, 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 ding Bing, ding, 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 ding